Da kommt was Großes auf uns zu. New York friert komplett ein. Die Todeskälte. Deine Armee von Geistern. Ich fürchte, wir sterben alle. Ein Phantongott führt Krieg gegen die ganze Menschheit. Wir müssen es beschützen. Wenn da was sonderbar ist in der Nachbarschaft. Wen rufst du dann? Und kann ich dir noch was sagen? Was? Den Strahler zu schwingen macht mich an. Es fühlt sich gut an. Halt sie auf! Halt sie auf.